Yo Leute, ich und ein Freund von mir stürzen uns jetzt noch in das Weihnachtschaos, was die Plus-City betrifft und here we go. Yeah, digger, das wird stressig. Yo Leute, und da bin ich mit meinem guten Freund Wolfgang jetzt als Beifahrer am Start. Und jetzt fahren wir in die Plus-City. Hallo. Hi. Wink mal in die Kamera, wenn du Zeit hast. Ne, lieber nicht, muss am Lenkrad bleiben. Wie gesagt, wir fahren jetzt mal in die Plus-City. Gerade was Weihnachten betrifft ist das so ein bisschen stressig, weil gerade die meisten Leute jetzt extrem konsumieren. Die letzten Weihnachtseinkäufe abchecken und noch so mal richtig tief in die Tasche greifen. Ja, aber seid gespannt, was wir heute noch so erleben. Das wird vielleicht ganz lustig, keine Ahnung. Ich habe noch nie wirklich jetzt, sagen wir jetzt mal so, richtig gefilmt, wenn jetzt, sagen wir mal, viele Leute unterwegs sind. Die meisten werden sich dann wahrscheinlich denken, der Typ filmt sich mit der Kamera. Digga, bist du behindert oder was? Okay, Leute, wir sind jetzt hier an der Plus-City. Und jetzt sind wir gerade unterwegs, einen Gegenstart einzutauschen, beziehungsweise umzutauschen. Es ist gerade extrem viel los, extrem viele Konsumenten, konsumsüchtige Leute unterwegs. Aber, okay, was, was, what the fuck? Ja, ähm, ja, ziemlich crazy und, ähm, ja, was, da brauche ich nicht mehr. Gucken wir mal, ich schalte jetzt zwischendurch mal ab. Okay, Leute, ziemlich chaotisch. Hier geht einiges ab, äh, sehr viele Konsumenten, Weihnachtsgeschäft. Hier geht einiges ab, äh, sehr viele Konsumenten. Das ist gerade so ein bisschen weird, wenn man hier unter so vielen Leuten ist und sich dabei filmt in einer Spielzeugabteilung. Das ist ja alles total für Männer. Lauter Puppenspielzeug. Star Wars, Leute. Okay, Leute, guck mal mit am Start. Ist gerade hier, kommerzieller Desaster. So extrem viele Leute, die einkaufen gehen. Und die Leute klotzen einfach, wenn sie sich denken, der Typ filmt sich mit einer Kamera. Das ist so richtig geil. Die Blicke sind einzigartig. Das sollte man einfrieren und fotografieren. Das ist richtig köstlich. Köstlich.